Ne, Natururin schon wieder dran. Ich hab ein urinfarbiger Oberteil an. Ich mach heute schon wieder ne, äh, Wanderung, keine Ahnung, um Bremen herum schon wieder. Ich hab schon mal ne scheiß Schuhe an. Und ich werd auch schon wieder da mit rumlaufen, mit meiner Rolltasche. Weil ich das einfacher finde, als irgendwas auf meinen scheiß Rücken zu tragen. Und weil ich so viel besser Bier, äh, schleppen kann. Ich werd gleich schon wieder Bier kaufen. Und, äh, es ist, äh, halb elf. Und jetzt, ähm, Wanderung, start, kommt. Gleich Bier trinken. Äh, Bier kaufen. Und dann Bier trinken. Und dann start, kommt. So, hier vorne ist dieser schwierige Edeka. Jetzt endlich Bier kaufen. So, ich hab Bier gekauft. Jetzt Wanderung, start, kommt. Zugelaufen. Vollfettrasenmäher. Vollfettrasenmäher. Äh, äh, zweiter KM. Bier trinken. Äh, Fluss mit Vogelgriepenurin dran. Schon wieder Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Äh, siebeneinhalb KM gelaufen heute. Fluss mit Grün dran. So, so sieht, äh, Fluss mit Grün dran, äh, aus. Äh, schon wieder Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Über Kreuzung. Jetzt Straßeglas rüberlaufen. So, erst mal ein bisschen Schokoladenbrötchen friessen. Zentrum von, äh, BSAG gefunden. Das sieht so aus. Äh, mit ganz vielen Gleisen und ganz viele Straßenbahnen und so Bussen und so. So, kurz Bierpause machen. Ein bisschen hinsetzen. Auf dieser scheiß Bank. Äh, da vorne geht vom Flugzeug. Äh, Pilzlandschaft gefunden. Haha, vom Baum. Pilz, Pilzlandschaft. So, bald 20 KM gelaufen. Jetzt schon wieder Bier trinken. Mal gucken, wieviel ich heute schaffe. Ich vermute um die 40 oder 50. So, in den Dreh. Äh, 23 KM gemacht. Äh, gleich schon wieder Bier trinken. Ich hab gerade Bier aufgemacht. Haha. Jetzt erst mal Bier trinken. Jetzt, weil ich gerade Bier getrunken hab, kann ich jetzt weiterlaufen. Oh, scheiße. Äh, hier vorne gehst nicht mehr weiter. Und ich hab ganz viel, äh, ganz viel Weg von dahinten gemacht. Und, äh, scheiße. Scheiß Sackgasse. Ich muss den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. Das ist nicht wenig. Es soll wieder Bier trinken. Äh, äh, 25 KM heute gemacht. Haha. Ich hab gerade gefressen. Und jetzt weiter zugelaufen, weil ich hab gerade gefressen. Mal gucken, wieviel KM ich heute mache. Wieso, ich hab neues Bier aufgemacht. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Äh, 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 auf dem, äh, hier, auf dem Weiterweg. Zugpferd von Scheißbrück da oben. Scheiß Zugpferd. 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 Ich hab gerade, ähm, gepiekelt. Und weil ich gerade gepiekelt hab, kann ich schon wieder neues Bier trinken. Damit ich später nochmal piekeln kann. Achja, ich bin bei 30 KM heute schon. Äh, ich mach heute nicht mehr so lange wie sonst. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Mal gucken, wieviel KM ich gemacht habe. Ich bin jetzt gerade bei 32 KM. Ich hab mal nen Scheißpulli angezogen. Pullover. Weil das Wetter heute scheiße ist. Bei Temperaturen her. Äh, erst mal wieder Bier trinken. Äh, Schiefen gefunden. Bei Schiefen zu gepiekelt. Äh, Treppe gefunden. Mit, mit sogar, ähm, hier. Ähm, hier, äh, Ruhetaschen runterfahren Ding. Damit ich das hier so runterfahren kann. Mit Ruhetaschenfahrhilfe. 33 KM gemacht. Äh, ich hab zwei Sechser gekauft und das ist mein letztes Bier. Äh, doch ein paar KM. Ne, jetzt weiter zu gelaufen. Bin auf dem Weg nach Hause. Aber noch ganz viele, so ein paar KM muss ich noch machen. Ne, langsam dunkle Korm. Das ist voll scheiße. Weil wegen dunkle Korm. Ne, da vorne Feuerwehrautos machen Dienst. Äh, hier, äh, Arbeit für Feuerwehrmänner. Aber wir haben ja eben nach. Äh, äh, 34 KM gemacht. Ein bisschen mehr. Aber was scheiße immer mehr dunkle Korm. Deswegen bin ich auf dem Weg nach Hause. Und keine Ahnung, wie viel ich doch mache heute. Aber ich bin auf dem Weg nach Hause wegen dunkle Korm. Ne, bin grad in Rewe und ich hab voll Bock auf Diekemanns und Süßigkeiten und ein letztes Scheißbier bekommen. Ne, ich hab grade bei Rewe einkaufen zu gegangen. Äh, weil ich Bock hatte auf ein bisschen Süßigkeiten. Die hab ich auch gekauften Stück gefressen. Und weil ich Bock hatte auf mein letztes Scheißbier. Auf mein 13. Deswegen jetzt einmal Bier trinken. Und die letzten KM weiter zugelaufen. Ein paar wenige KM noch und dann bin ich zu Hause. Vielleicht zwei, drei KM oder so. Und dann Aufnahme und Beendung machen. Ne, ich hab 39 KM gemacht. Und ich bin immer noch am Zugelaufen. Und das ist voll scheiße, dass Dukle schon da ist. Äh, Dukle zu gekrubeln. Äh, jetzt muss ich weiter noch für den Duklen. Bis ich zu Hause am Zugelaufen bin. So, nicht mehr weit, dann bin ich zu Hause. Dann bin ich zu Hause anzugekurbeln. Ne, ich bin zu Hause anzugekurbeln. Und, ähm, es ist, äh, es ist, ähm, viertel vor elf. Äh, abends. Und, äh, ich bin 41,2 KM heute gelaufen. Äh, ja, ich bin jetzt zu Hause. Jetzt noch mal gleich zu gefräsen und, ähm, und gleich zu geschlafen. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Faschissner Natururin. Ey, das war nicht so we while zu schlafen. Au reinen torsente Irino Un Cristo valor. Und, äh, bis zum nächsten Mal, ich bin so lecker. Jetzt, die baut noch mal gut. Ich bin so lecker, weil es im Knie und Ilustil ist. Und, äh, bis zum nächsten Mal.